Moin Moin und da sind wir wieder zurück bei Guild Wars 2. So, in diesem Fraktal können wir unsere Blutrünstigkeit unten auflassen. Denn als Nebenerfolg muss hier alles getötet werden. So, entsprechend gehe ich mal kurz hier hinten lang, um da zu sehen, ob da was ist. Nö. Denn auch weiße, kleine Viecher müssen alle dran glauben. Alles. Das kriegst du leider den Bonus nicht. Ich glaube, das hatten wir schon mal probiert, dann aber anscheinend irgendwas übersehen. Hier ist nix mehr, ne? Nö. Ganz gemein wäre es natürlich, wenn sie da irgendwie an so einem an der Klippe hängen. Ja. Ich hinten habe der geguckt? Ja. Dabei schon. Okay. Ah, hier wird schon wieder zu viel gesprungen. Äh, das kann auch angehen, dass sie denn hier mal rumgeistern hier. Also schön gucken. Wir haben ja Zeit. Jo. So. Na, wo ist er hin? Da. Also. Ah, reflektiert Projektile ist natürlich für... Da wird gleich noch schlimmer. Für ne Valdi, super. Also bevor wir zum Endboss gehen, sag ich das dann noch schnell. Äh, ich sehe hier mal nix. Nö. Hier irgendwo. Nö. Guck hier mal rum. Das erinnert so ein bisschen dann doch wieder an den Guild Wars 1, diese Jade-Minen. Ja. Jade-Bereiche. Da ist nix, so wie es aussieht. Ich will Kanter zurück. Was muss ich den Entwickler bezahlen, damit sie mir das programmieren? Mir alleine. Machen die exklusiv LP. Oh ja, das war geil. Gut du darfst mitmachen. Ich war ja die Luxor, wie die hießen, ey. Das andere war mir zu... die Kursik war mir zu dunkel. Ne, ich war kursik. Die Luxor war mir zu... zu... Fischig, ja. Äh, nicht fischig. Zu blöd einfach. Zu... Zu ungebildet. Keine Kultur. War das so? Ich verlieg die Rüstung. Alles frei, ey. Die hatten einfach was von nem... von nem blöden äh... Barbarenstamm. Kann ich nix mit anfangen. Da mochte ich lieber diese Gothics. Diese Cursings. Vor allem, der Schöne war, diese ganzen Orte hatten ja mehr oder weniger deutsche Bezeichnungen. Ja. Ich guck hier mal ums Eck. Hier ist nix. Da ist gar nix. Ich geh noch mal ein Stückchen weiter. Ne. Also, ich hab hier noch gar nichts weißes gesehen. Wahrscheinlich war ganz am Anfang. Äh, am Anfang ja. Ich hab vorher gekühlt. Ja. Ja. Aber... Da kommt auch nix, ne? Da ist nix. So, hier. Hier, bei mir. Achso, da geht's aber, glaub ich, sowieso weiter. Naja, hier geht's weiter. Nix, nix, nix. Nix, nix, gut. Normalerweise ist es doch viel mehr weiß, oder nicht? Keine Ahnung. Das wird mir nicht trauen. Ich traue dem Ganzen hier auch nicht, aber... Normal rennt wir ja nur durch, also ich kann ja gar nicht sagen, was hier noch ist. Oh, mein, mein Bonus, der ist schon so lange her, ey. Offenes Grab abgeschlossen. Was? Hast du? Offenes Grab abgeschlossen. Ja, dann. Du auch? Dann war ich wahrscheinlich der Einzelne, der noch nicht hatte. Danke. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich das hab. Äh, kann man ja mal kurz nachschauen. Kleinen Moment. Äh... 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 Oh... Okay, hab ich. Alle Monster im Fraktal solider Ozean innerhalb der Fraktal im Nebel besiegt. Ja. Haben wir. Sehr schön. Sehr schön. Dann hatte ich das plötzlich schon. Hui. So... Du wolltest noch was sagen wegen... Ja, wir können noch ein bisschen weiterspringen bis hier so. Ja, ich glaub ich kenn's auch noch so ein bisschen. Also jetzt hier... Wir sind von Kral betroffen. Ah... Er sieht ja scheiß aus. Hier gibt's ja noch gar keine Kral. Das kommt gerade, die Meldung. Lucky, kennst du das auch? Nein. Okay, also erstmal killen wir hier so ein bisschen, ne? Also wir müssen zwei Tentakel, das sind diese Dinger hier... Habe ich markiert. Äh... Abhacken die Spawn auch immer wieder neu. Ja, also es bringt nix, dass man einmal alles abräumt und dann ist Feierabend. Ne, ne, kommt immer wieder neu. Okay. Und auch so ein paar Veteranen von diesen Riesen hier oder wie die Dinger heißen. Ähm... Umbringen. Dann kommen irgendwann andere, so äh... Kristallelementare oder sowas. Die reflektieren Geschosse. Also wenn du die mit deinem Langbogen 2 angreifst, dann bist du vielleicht danach selber tot. Wenn du die mit Knockback angreifst und stehst ja an der Kante, dann schießt du dich selbst runter. Okay. Die musst du im Nahkampf nehmen. Also da muss man Nahkampf wechseln dann. Wenn die, wenn man die killt, die droppen so Schilder. Die Schilder bringen wir alle hier hinten zu den Steinen. Und dann ab und zu macht der Dicke in der Mitte. Ähm... Sucht sich einen aus, der hat dann eben auch so ein Fadenkreuz über dem Kopf. Dann muss man so ein Schild nehmen. Dann macht er einen Strahlauf ein. Äh... Dann hat man so eine kleine Kuppel um sich rum und dann kann man das Schild dem ins Auge schmeißen. Und nur so kann der auch Schaden kriegen. Und das machen wir so lange, bis der auf 8% ist. Immer weiter killen. Die Schilder hier hinten hin holen, wo hier der erste ungefähr steht. Da ablegen. Ähm... Mit Waffenwechsel, oder? Was? Ne, die, äh... Wer ist mit 1? Das zeigt er nachher. Ja, ja. Und du kriegst nachher so eine Kuppel. Und wenn er auf die Kuppel sein Auge zielt, dann wird die 1 oder ich glaub die 2 wird dann freigeschaltet. Nein, ich meine da ablegen mit Waffenwechsel, oder? Ja, ablegen mit Waffenwechsel, genau. Und, ähm... Wenn man kein Schild in der Hand hat, dann kippt man um. Okay. Also der haut einen direkt dann in den Downstead. Wenn wir das schaffen, dass keiner von uns in Downstead, äh, geht. Also nicht einmal einer getroffen wird von diesem Strahl. Da gibt's auch einen Erfolg. Gibt auch 5 Verfolgspunkte. Okay. Also keine Leser, glaube ich. Wäre nett, aber ich, äh... Zweifel da noch so ein bisschen. Wollte ich gerade sagen... Jo, sehen wir dann ja. Ja. Probieren wir was. Äh, wir fangen an, indem wir hier rüber laufen. Weil dann können wir mich da hinten direkt das erste Tentakel umhauen, ohne dass, äh, die anderen uns angreifen. Äh... Einer scheint zu kommen. So. Erster Tentakel ist weg. So. Und wir versuchen schon, dass wir hier rumfahren haben. hier hinten zu kämpfen die meisten kann man ja ran holen hier und raus und dann sieht ihr wenn wenn ihr das zeichen habt ja ja schön weit raus zoomen genau so jetzt wenn wir mal der zweite zentageländen weghauen ist weg ok hier hier eine hat er hat aber noch kein schild jetzt liegen hier die ersten wir nehmen mal das vordere zentakel hier aufs korn ja ruhig ich sehe nicht wo ich denn das war das tier 2 sag ruhig welche ja egal und er hat uns da weg ja und jetzt haben wir mal die reflektierenden kristalle hierher bleiben immer schön die händen und dann einfach aufheben immer aufheben man muss dann sofort aufhören zu kämpfen wenn man das dem babbel auf dem kopf hat naja vom ruhig hier ein bisschen näher in die babbel war in die zu den kristallen hin du hast ja du bist raus und dann könnt ihr sehen weil ihr den komischen ja der war aber sehr kurz da ja die sind immer nur ganz kurz da zu kurz da ist so ein alter herr wie ich hat er nicht mehr die reaktion zu uns zeit was sollen wir denn dann erst sagen ich habe hier mit abstand der jüngste mit abstand ja das kann nicht sein ja das ist aber doch so aufheben 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 daki 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 hat ich würde gemacht habe aber so hört kriegt das nicht ja ich war eine neue ja ist zufall ja das ist auch mal so ein pappel im nahkampf so die neben da nicht nicht auf die schießen ja sperrfolge auch noch ja aber da kannst du selten machen das stimmt ich bin richtig staun ja 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 jetzt können wir hoch retten ja ich habe nochmal die hoch retten wort alter ok zuerst den schieders dürfte ich herr geben so was oh nein ey die scheißgrätze liegt ungünstig ja ja liegt ungünstig na ja meine güte jetzt wollte er mich schon wieder anspucken hier äh ist zu schnell echt ich habe gerade ein schild aufgenommen schild aufnehmen schild aufnehmen und was muss ich dann machen mit dem schild du kannst dem nicht ausweichen ne du musst naja richtig down nochmal angekotzt wurde das mit der bubble das ist immer so ein ok also wir können eigentlich hier stehen bleiben ne wir müssen nichts mehr bekämpfen wir haben hier genug von diesen dingern wir müssen nur noch immer die kristalle aufnehmen und du hast du hast du hast du hast da war zu spät andere ja man kann auch mit babbel sich hier entstellen jetzt mit dem mit dem schild so eigentlich muss man so ein ding nehmen und dann waren wir auf ihn werfen genau ja genau jetzt haben wir das nächste und solange kein tentakel näher herankommt auch egal ok da ist jetzt eine direkt bei uns genau den bekämpfen wir der ich hoffe wo ich habe ich habe ich habe ich sehe noch mal ein paar ja ich habe schon ein schild kein problem ja schon wieder nimm dir hier das schild hier vorne sein ja gerade war es ein boulder das genau und komm 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 jetzt nimm das zweimal noch noch mal ein paar schilder so jetzt macht dann nicht glaube ich gleich wieder jetzt schild nehmen jeder 1 und skin freigeschaltet asura schule nato e gz lektion der qual 2240 kammer ich gekriegt studienmaterial zum für qualwiderstand sehr schön sehen wir uns in der nächsten folge bis denn tschau 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 Vielen Dank.